Ich habe hier den Wahoo Element Bolt, das ist der neue Fahrradcomputer von Wahoo. Das erste Mal, dass mich diese Element Serie reizt, weil der ist sehr klein, aerodynamisch gebaut und bei dem bisherigen Element, das ist zwar so, von der Funktionalität fand ich das immer schon interessant, aber ich fand letztendlich den Formfaktor mit Schwarz-Weiß-Display und dann kann ich auch beim Garmin 1000 bleiben, mit dem bin ich auch sehr zufrieden, mit dem fahre ich jetzt glaube ich schon seit zweieinhalb, drei Jahren, lassen Sie mich lügen. Naja und hier mache ich mal ein kurzes Unboxing und später im Video zeige ich auch noch mal, wie ich damit rumfahre, wie die Funktionen sind und ähnliches. So, dann werde ich das Gerät jetzt mal auspacken. Ich habe ihn tatsächlich noch nicht in der Hand gehabt und habe ihn ausgepackt. Ich hoffe, dass das einfach funktioniert. So sieht die Verpackung aus. Ganz einfach, zieht man das Ding hier raus. Ja und hier ist das kleine Gerät. Ja doch kleiner als gedacht. So ein Aufkleber drauf. Ja, so ganz schick. Ich schalte den schon mal ein, mal gucken, ob er überhaupt Saft hat. Zumindest leuchtet was. So, in der Verpackung haben wir, ich lasse den mal hier parallel starten. Hier haben wir dieses, äh, diesen Aero-Mount. Das, naja, wahrscheinlich Marketing. Ich weiß nicht, ob das so viel aerodynamischer ist als ohne das Ding, aber sieht zumindest so ganz gut aus. Kunststoff, mal gucken, wie schwer es ist. Na, sehr leicht. Das ist ja auch schon mal gut. Das Gerät selber ist auch leicht. Rastet gut ein. Sitzt sicher. Muss schon ein bisschen Kraft aufwenden, um wieder abzumachen. Ja, macht schon mal einen ganz guten Eindruck. Hier ist noch ein, noch ein zweiter Mount. Der, der ist wahrscheinlich dafür da, um das Ganze am Vorbau anzubringen. Ja, USB-Kabel. Anleitung. Ah ja, das, das Teil macht man mit Zip-Ties, also mit, ähm, Kabelbindern fest. Auch ganz interessant. Also, wenn man es am Vorbau befestigt, dass es sicher sitzt. Ja, kleine Anleitung. Und hier sagt er mir jetzt auch schon, ich soll, ähm, das Gerät mit dem iPhone oder mit dem Smartphone pären. Ja, soviel dazu. Dann werde ich heute Abend mal versuchen, das Ganze an meinem Rad anzubringen. Mal gucken, ob ich vielleicht auch schon eine erste Fahrt schaffe heute. So, hier jetzt mal kleiner Vergleich zwischen den Geräten, die ich habe. Aktuell benutze ich den Edge 1000 und der begleitet mich jetzt schon wirklich jahrelang. Ich musste hinten tatsächlich auch schon mal den Anschluss auswechseln. Da habe ich jetzt so ein Metallteil geklebt mit Epoxid und Heist und so ein paar Schrauben und so weiter. Weil der schon, hat schon zwei Stürze hinter sich und irgendwie die Halterungen sind kaputt gegangen. Aber das Gerät hat es bisher überlebt. Also ein treuer Begleiter. Also nach wie vor eines der besten Geräte. Sehr groß. Das ist so der einzige Nachteil. Aber ansonsten bin ich eigentlich immer zufrieden. Und ich bin auch noch nicht sicher, ob der kleine Bolt den jetzt ersetzen wird. Ich will es auf jeden Fall mal testen. Das ist das erste Wahoo-Gerät, was mich ja wirklich mal so ein bisschen reizt. Hier nochmal so der ganz alte Garmin 500. Und das war, den habe ich eine Zeit lang genutzt, auch weil er schön klein war. Da hat er dann im Triathlonrad ganz gut herangepasst. Und den 810 oder ist das 820? Ich weiß es gar nicht mehr. 810. Ich glaube 810 hieß der. Garmin 810. Das war auch so eins der Geräte, was sich so ganz gerne genutzt hat. So, hier jetzt mein Fazit nach der ersten Fahrt mit dem Element Bolt. Vor allem im Vergleich zum Garmin Edge 1000, den ich vorher benutzt habe. Was anderes habe ich nicht zum vergleichen, weil das ist so das Gerät, mit dem ich die letzten zweieinhalb Jahre unterwegs war. Also das Fazit ist, it just works. Eigentlich relativ unaufgeregt, weil ich kann jetzt nicht sagen, Hurra, der beste Bike-Computer der Welt. Aber er hat ein paar Kleinigkeiten, die mich hier manchmal genervt haben, die ich hier nicht habe. 1. Die Datenfelder kann ich über die App eintragen und muss sie nicht mühsam über den Bildschirm hier eintragen. Das heißt, ich kann in der App auswählen, welche Datenfelder, welche Seiten ich eintragen will und so weiter. Kann auch einzelne aktivieren. Geht halt einfach viel schneller, als wenn man das hier am Gerät rumfummelt. Ja, Kleinigkeiten. Die Datenfelder, die man hier hat, sind ein bisschen mächtiger als die beim Garmin. Das heißt, das Geschwindigkeitsfeld kann man in Abhängigkeit von der Durchschnittsgeschwindigkeit nehmen. Dann wird ein kleiner Pfeil angezeigt, hoch, runter. Auch bei 100 Kilometern macht der Garmin zum Beispiel nur noch ganze Schritte. 101, 102, 103. Hier fängt er mit 100,1, 100,2. Also er nimmt die Meter noch mit. Es sind so Kleinigkeiten, die mir irgendwie aufgefallen sind. Es gibt auch eine Leistung in Abhängigkeit zur Rundenleistung, wo man dann Pfeile hoch, runter anzeigen lassen kann. Kleinigkeit, aber ist mir zumindest aufgefallen. Die Kartendarstellung, trotz Schwarz-Weiß, hat mich zumindest nicht gestört gegenüber der Farbdarstellung. Im Gegenteil, diese Zoom-Tasten habe ich ja schon erwähnt. Ich kann mit den Tasten schnell größer, kleiner machen. Die Route, auf der man sich befindet, ist mit so schwarzen Blöcken gekennzeichnet, also sehr gut sichtbar. Man kann sehr gut abschätzen, okay, muss ich jetzt rechts, muss ich links. Einmal am Anfang bei der App einstellen, dass die Karte sich mitdreht während der Fahrt. Wenn die nordweisend ist, finde ich es doof. Auf dem Fahrrad, bei der Navigation muss die sich mitdrehen, damit ich weiß, okay, muss ich da jetzt schräg links oder weiter geradeaus. Das war hier sehr gut erkennbar. Das ist mir zumindest nicht negativ aufgefallen. Wobei natürlich optisch so eine farbige Karte schon besser ist, aber es hat hier super funktioniert. Auf der Kartenansicht habe ich vier Datenfelder. Finde ich super, weil Garmin erlaubt nur zwei. Und die waren mir oft zu wenig. Oft, wenn ich eine Tour mache, brauche ich die Uhrzeit. Dann brauche ich trotzdem vielleicht Geschwindigkeit, Herzfrequenz, was auch immer. Oder vielleicht eine Höhenmeter oder Angabe, was auch immer. Wenn man irgendwelche Touren macht, die man nicht kennt, braucht man einfach mehr Informationen und vielleicht braucht man trotzdem die Karte. Hat mich immer gestört hier bei dem riesen Bildschirm, dass die nicht erlauben, da mehr Datenfälle einzugeben. Kleinigkeit, aber auch cool, die Abbiegehinweise, die blenden sich von unten ein. Und die neuen Datenfelder, die ich hatte, die sind einfach kleiner geworden und nach oben gerutscht. Das heißt, der Abbiegehinweis mit Straßennamen und allem, wieviel Meter noch und so weiter, überdeckt nicht irgendwelche Datenfelder, die ich habe. Die Halterung finde ich super, wiegt nur 20 Gramm, zusammen mit dem Edge 80 Gramm. Also wiegt eigentlich gar nichts, die Kombo. Also 100 Gramm weniger als mit dem Edge 100, wobei das Äpfel und Birnen vergleichen ist. Und was noch viel wichtiger ist, die Halterung ist verwindungssteif. Das heißt, der ist so stabil hier drin, dass ich die Knopfe drücken kann, ohne dass das Gerät nachgibt. Beim Edge wahrscheinlich der Größe geschuldet. Kann sein, dass das bei den 520er, 820ern schon alles besser gelöst ist. Der gibt immer ein bisschen nach. Man drückt und er wackelt. Und wenn man den seitlichen Aus-Anknopf drücken muss, muss man auf der anderen Seite festhalten, sonst dreht man eben vielleicht versehentlich raus. Das kann hier nicht passieren. Also wirklich, ich kann hier auf der Seite drücken, ohne dass ich das Gerät irgendwo verwinde. Was mich noch positiv überrascht hat, wie toll ich das finde, keinen Touchstream mehr zu haben. Das heißt, selbst wenn ich jetzt irgendwie den Weg wieder zu Garmin zurück finde, dann kaufe ich irgendwie, würde ich wahrscheinlich den 520er oder ich glaube 820. Einer von den beiden oder beide haben keinen Touchstream mehr. Und das ist schon ein echter Vorteil, weil wie oft ich das hatte, dass ich hier das Display beim Garmin gesperrt war, weil irgendwie Schweißtropfen drauf waren oder es geregnet hatte. Das gehört hier der Vergangenheit an und ich kann halt haptisch die Karte rein und raus zoomen mit Hoch- und Runterpfeil, ohne dass ich dir das Auge vom Verkehr nehmen muss. Das heißt, ich drücke, drücke, drücke und gucke dann auf die Karte. Hier musste ich immer irgendwie auf das Pluszeichen und gucken, dass ich es auch treffe, sonst hatte ich die Hand getroffen und so weiter. Das geht halt beim Touchscreen alles ein bisschen schwieriger. War für mich nochmal so, wo ich gesagt habe, okay, Touchscreen am Bike-Computer ist vielleicht gar nicht so eine gute Idee. Aber das merkt man erst, wenn man wieder zurückgeht zu so einem Tastengerät. Nach der Fahrt hatte man, das ist auch eine Kleinigkeit, aber man hatten relativ viele Informationen, durch die man sich durchscrollen kann. Und eine, also so allgemeine Informationen, am Ende eine, die ich wirklich ganz cool fand, ist die Geschichte, wie viel Watt in einer Sekunde, in drei Sekunden, fünf Sekunden und so weiter. Da konnte man so ein bisschen die Maximalleistung sehen. Heute habe ich da jetzt nichts rausgehauen, aber es war trotzdem interessant. Und bis hin dazu, dass er bis 20 Minuten Wattleistung eine Stunde Wattleistung. Das sind zumindest Informationen für jemanden, der ein Wattmesser hat, die vielleicht ganz interessant sein könnten. Die Strava Live-Segments habe ich noch getestet, oder zumindest ein Segment hatte ich drin, was ich mal testen konnte. Das war ganz nett, dass man vier Felder hatte, statt Garmin nur zwei. Also auch hier hat man vier Felder bekommen. Die voraussichtliche Endzeit war ganz interessant hierbei. Der Rest sind so die üblichen Sachen. Wie viel bin ich schneller als vorher? Ich kann über einen Tastendruck einstellen, ob ich gegen den PR oder gegen den COM fahre. Das ist ja ein ganz nettes Feature. Die LEDs habe ich nicht gesehen. Also normalerweise zeigt er anhand der LEDs auch an, ob man schneller oder langsamer wird. Aber das war jetzt für mich nicht im Sonnenlicht irgendwie nicht sichtbar. Also die LEDs sind zu dunkel dafür. Oder das Wetter war zu hell heute. Was ganz nett ist, da habe ich aber noch nicht ganz verstanden, wann es eingeblendet wird. Man kann ja die Seite wechseln und geht wieder auf eine normale Seite. Dann blendet er von unten die Information an, wie weit bin ich noch weg. Habe ich nicht verstanden, nach wie vielen Metern oder Kilometern er das macht. Das war ein großes Segment von sieben Kilometern, wo ich noch drauf war. Ist aber zumindest ein Feature, was ich so ganz gut finde. Was für mich noch viel wichtiger ist, ist diese Anbindung an Komoot. Da plane ich meine ganzen Routen per, und da musste ich bisher immer ein GPX-File rausziehen, den hier ins Dateisystem einspielen über den Computer mit dem USB-Kabel. Musste ich alles dabei haben, damit das überhaupt funktioniert. Hier bzw. die die Komoot-Routen, alle die ich geplant habe, sind schon auf dem Gerät mit drauf. Und auf der App auch. Und ich kann hier auf der App schnell über Komoot eine Route planen, speicher die ab, gehe in die Wahoo-App, bumms, überspielt er die Route hier drauf. Und das kann ich unterwegs machen on the go. Das war vorher so nicht möglich. Einer der wichtigsten Key-Features, warum ich sage, okay, das ist geil. Die Leute noch gar nicht weiter aussehen. Die Leute stellen die Hütter aus hinzuh